Ich hätte auf die Karten höhen müssen und die Reise verschieben sollen, ich hätte auch auf meinem Platz hinten in der Economy bestehen sollen, hätte mich nicht in die Business umsetzen lassen sollen, dann wäre ich jedenfalls nicht mehr hier. So oder so. Hätte. Hätte. Die Hinden sind weg. Vielleicht hatte ich nur eine Halluzination und die sind wirklich nicht eingestiegen, wie die Flugbegleiterin gesagt hat. Oder sie lügt. Jetzt sind die Flugbegleiter auch allesamt verschwunden. Da ist jemand oder etwas. Es kriecht da ran und schleicht sich ein in unsere Köpfe. Und die ganze Zeit werfen, dass sie sich in der Nähe wie die Flugbegleiterin im Haus schnellstimmen. Und dann kommen die Flugbegleiterin.